Hey Leute, heute zeige ich euch, wie ihr die Community-Skripte mit dem Kronos Zen installiert. Falls euch das Video gefällt, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr noch nicht abonniert habt, holt das auch gerne nach, würde mich sehr freuen. Im Übrigen, falls ihr auch noch Fragen zu den Skripten habt, zum Kronos habt, etc., joint gerne den Discord-Channel, da sind schon eine Menge coole Leute, die sehr hilfsbereit sind und es werden da oder wurden da auch schon sehr viele Fragen beantwortet. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Jetzt aber viel Spaß mit dem Video. Wir starten wie gewohnt in dem Zen Studio, bleiben heute hier aber mal in der Library. In der Library findet ihr die GPC-Skripte, die von der Community erstellt worden sind. Ihr könnt diese hier oben über diese drei Buttons filtern und selektieren speziell. Ihr könnt hier alle anzeigen lassen oder nur für Playstation 4 spezielle, Xbox One oder nach speziellen Genres anzeigen lassen. Hier dann das ganze Filtern, nach zuletzt upgedatet, bewertet, Downloadanzahl, Titel oder Autor. Und hier oben rechts dann nur für Kronos Zen oder Kronos Max Only Skripte anzeigen lassen. Zudem habt ihr hier unten links ein Suchfeld, in dem ihr einfach einen Autornamen, einen Skriptnamen, wenn ihr ein spezielles sucht oder nach einem Spiel suchen könnt. Wir installieren heute mal ein Skript von Taylor Drift. Da viele danach gefragt haben und ich das ja auch schon öfter empfohlen habe, diese Skripte sind wirklich gut zu handeln, sehr effektiv und sehr beliebt auch. Dazu gehen wir jetzt hier unten einfach mal Taylor ein. Klicken hier auf das Suchesymbol. Und schon werden uns die Skripte von Taylor Drift angezeigt. Naja, noch ein paar andere auch. Aber naja, wir wollen heute mal dieses Modern Warfare Cold War Pro Skript installieren. Ihr könnt hier jetzt, wenn ihr auf den Titel klickt, gelangt ihr in die Ansicht, in die Webansicht des Skriptes. Der Library vom Kronos Max.com. Könnt hier oben dann nochmal euch die Credits anschauen. Hier sind die Mitwirkenden an dem Skript beispielsweise oder auch nochmal ein Hinweis, wo ihr tatsächlich zu einem YouTube-Channel kommt, in dem Tutorials speziell nur für das Skript angeboten werden. Kann ich euch auch sehr empfehlen. Und seht hier nochmal auch die Instructions, also die Bedienungsanleitung oder auch die Beschreibung des Skriptes. Ihr habt hier den großen Vorteil bei Taylor Drift, dass ihr ein Menü habt, ein optisches, wie bei den Gamepacks auch auf dem Kronos, welches ihr hier in dem Fall über die L2 und die Optionstaste aufrufen könnt. Wenn ihr euer Layout geändert habt, dann gegebenenfalls euer Button-Layout geändert habt, gegebenenfalls auch über die L1-Taste. Und Options könnt dann durch das Menü navigieren, wie ihr das schon kennt bei den Gamepacks und gewisse Shortcuts halt auch benutzen. Ich empfehle euch tatsächlich diesen Bereich hier vielleicht auch auszudrucken, sodass ihr das nochmal für euch vorliegen habt. Wenn ihr da irgendwelche Einstellungen vornehmt, ist es anfangs vielleicht immer ein bisschen leichter. Wobei dieses Skript hier wirklich leicht zu handeln ist. Wir können das Fenster jetzt aber wieder schließen. Um das Skript jetzt dem Kronos hinzuzufügen, müsst ihr im Prinzip nur hier auf dieses Diskettenspeichersymbol klicken. Landet dann im Compiler, sieht hier nochmal all das, was ihr eben gerade auf der Webseite auch gesehen habt. Auf der Webseite seht ihr halt auch noch die Bewertung des Skriptes, wobei das bei TaylorDrift Quatsch ist. Er hat viele Negativbewertungen. Ich gehe davon aus, dass es einfach nur irgendwelche Hater sind oder irgendwelche gefrustelten Dudes, die da ja so ein bisschen angep***t sind. Wie gesagt, hier findet ihr all das nochmal wieder, was ihr auf der Webseite eben gerade auch schon gesehen habt. Das können wir aber soweit erstmal ignorieren. Achso, wichtig ist vielleicht noch zu wissen, dass, wie erwähnt, nicht alle GPC-Skripte visuelle Menüs haben, die ihr durchklicken könnt. Dort kann es dann sein, dass ihr hier so ein paar Definitionen vorfindet, die ihr selber anpassen müsst. Dazu kann ich aber auch nochmal separat ein Video machen. Das würde jetzt hier vielleicht den Rahmen sprengen. Definitionen seht ihr dann, wenn irgendwelche Felder auszufüllen sind. Daneben stehen dann halt die Beschreibung, was wie wo einzutragen ist. Aber wie gesagt, das machen wir sonst nochmal separat. Heute geht es halt hier einmal drum oder speziell darum, wie man überhaupt solche Skripte installiert. So, wir können oder müssen dieses jetzt runtergeladene Skript einmal separat auf unserer Festplatte abspeichern. Das geht hier links oben über File, dann Save As. Dort wählt ihr dann einen Speicherplatz aus. Das ist völlig egal, wo der ist. Ich habe das jetzt bei mir einfach auf dem Desktop, habe hier einen GPC-Ordner erstellt und betitelt das Skript euren Wünschen entsprechend. Ich nenne es jetzt einfach mal Taylor Drift. Speichere das Ganze ab. Jetzt muss das Skript noch kompiliert werden. Das macht ihr, indem ihr hier oben links über Compiler Compile aufruft. Das könnt ihr auch über den Shortcut F7 machen. Klickt hier einmal rauf oder drückt die Taste F7. Das war es im Prinzip schon. Jetzt könnt ihr wieder auf den Programmer-Tab wechseln. Jetzt sehen wir es hier schon. Ihr müsst, wenn ihr hier noch irgendwas anderes selektiert habt, hier dann ganz speziell auf GPC-Skripte gehen. Also dieser Tab muss ausgewählt sein, dieser Button. Wenn ihr auf Send steht, dann seht ihr das hier nicht. Ihr müsst auf GPC-Skripte gehen. Dort seht ihr das jetzt eben zuvor kompilierte Skript und könnt das jetzt wie gewohnt auf euren freien Slot rüberziehen. Einfach mit der Maustaste markieren, links gedrückt halten die Maus und dann in einen freien Slot. Ich packe es jetzt einfach mal in meinen Slot 3. Und dann wie gewohnt hier über den Play-Button, Program-Device, einmal abspeichern. Jetzt müsst ihr nur noch den zuvor ausgewählten Slot auf einem Kronos selektieren. In meinem Fall jetzt der dritte Slot. Und hier seht ihr dann auch schon das installierte Skript. Das Menü in dem Fall könnt ihr, wie erwähnt, über die L2 eine Optionstaste aufrufen oder eure Trigger-Taste. Es gibt vielleicht auch die L1. Das ist entsprechend eure Einstellung. Ihr könnt dann halt jetzt hier mit der Pfeiltaste durch die Menüs und mit X dort rein durchselektieren und entsprechende Einstellungen vornehmen. Über Kreis geht ihr da wieder raus. Ja und das war es im Prinzip auch schon. Ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren, beim Nachmachen und lasst gerne einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.